Wow, das ist ja alles so riesig hier. Oh nein, das ist ja die Köchin. Sie wird mich gleich mit Mehl bestreuen. Hey, pass doch auf. Ist das etwa Linda? Ah, was für große Bonbons. Die kommen direkt auf mich zu. Oh Mann, was machst du denn? Oma? Nein, 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 bloß nicht die Milch. Bloß nicht das. Ups, ich glaube, ich bin eingenickt. Jess, geht's dir gut? Ach, das war ja nur ein Traum. Na gut, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Wir starten unsere Challenge. Ich schlage vor, wir beginnen mit ein paar Waffeln. Was? Waffeln? Ah, das ist doch ganz einfach. Ah, passt auf. Das ist ein böser Waffelbäcker. Warte, habt ihr Angst, oder? Okay, ich nehme hier eine Schüssel. Da kommt jetzt Mehl rein. Milch und Eier. Ich schüttelte das Mehl in die Schüssel. Schlage zwei Eier hinein. Und gieße Milch dazu. Jetzt muss ich das alles mit einem Schneebesen gut verrühren. Mann, das ist doch so old school, Oma. Ich werde ein professionelles Handrührgerät für den Teig benutzen. Ich brauche dieselben Zutaten. Mehl. Milch. Und natürlich Eier. Ich nehme den Deckel ab. Gebe alle Zutaten hinein. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Und ich drehe am Hebel. Fertig. Jetzt kommt der Teig aufs Waffeleisen. Mit dem Ding kann man auch noch die richtige Menge abmessen. Und jetzt überziehe ich die zukünftige Waffel mit Bonbons. Super. Jetzt können wir sie backen. Na, ich bitte dich. Ich mag es auf die altmodische Art zu machen. Ich nehme den Teig mit einer Schöpfkelle aus der Schüssel und verteile ihn auf dem Waffeleisen. Na, siehst du, geht genauso gut. Das ist ja meine Kirschmarmelade. Oh, irgendwie kann ich das Glas nicht öffnen. Ich muss mir was überlegen. Ach ja, genau. Ich brauche etwas Klebeband. Ich klebe das Klebeband am Deckel fest. Und jetzt ziehe ich dran. Oh, wow. Tja, die Oma kennt da so einige Tricks. Jetzt nehme ich mir eine Pipette. Fülle sie mit Marmelade. Und gebe vorsichtig ein paar Tropfen Marmelade zu meiner Waffel hinzu. Sieht doch schon mal richtig sympathisch aus. Jetzt können wir sie backen. Oh, was soll das denn? Hier, nimm das, nimm das, nimm das. Ich mache mir gleich ein paar Kekskrümel. Ah, das war zu laut. Entschuldigung. Also, jetzt brauche ich etwas Nutella. Die muss ich sofort probieren. Man, schmeckt das lecker. Viel zu süß. Jetzt vermische ich die Oreo-Kekse mit der Milch und der Nutella. Deckel drauf. Und schön kräftig durchschütteln. Dieser Teig kommt jetzt auf das Waffeleisen. Ach, das sieht ja interessant aus. Oh, meine Waffel ist fertig. Oh, das riecht ja wunderbar. Es wird Zeit, dass ich sie auf den Teller packe. Und mit etwas Erdbeersirup verziere. Sieht appetitlich aus. Meine Waffel ist auch fertig. Mal sehen. Irgendwie kriege ich sie nicht raus. Flebt sie etwa fest? Na, jetzt mach schon. Ich hab's geschafft. Und jetzt nehm ich mir noch ein bisschen Teig und mach noch ne Waffel. Und was macht die Oma? Oh, meine Waffel ist fertig. Die riecht wunderbar. Und sieht super appetitlich aus. Hier kommt nur noch ein bisschen Puderzucker drauf. Einfach perfekt. Okay, meine zweite Waffel ist auch fertig. Da geb ich jetzt etwas Schlagsahne drauf. Davon ess ich auch gleich was. Voll lecker. Die zweite Waffel kommt oben drauf. Und darüber kommt jetzt noch Schokolade. Die muss ich erst mal mit nem Bügeleisen schmelzen. In ein paar Sekunden hab ich bereits flüssige Schokolade. Jetzt mach ich ein kleines Schoko-Schild. Zuerst nehm ich Vollmilchschokolade. Und jetzt weiße Schokolade. Damit mach ich die Buchstaben. Das Schild kommt oben drauf. Und meine Oreo-Waffel ist fertig. Sieht doch wunderschön aus. Na, seid ihr alle bereit? Na, dann lass mal probieren. Wow, so viel Zeug. Ich werd mit dieser Waffel anfangen. Ah, Mann, was ist denn da so hart? Das ist ja ein Kirschkern. Voll blöd. Nee, gefällt mir nicht. Hm, ich probier diese Regenbogen-Waffel hier. Hm, die schmeckt richtig gut. Wow, was für ne Mega-Waffel. Die sieht aus wie ein Oreo-Keks. Schmeckt mega lecker. In dieser Runde gewinnt die Oreo-Waffel. Ja, ich hab gewonnen. Ich bin die Beste. Okay, in dieser Runde wünsche ich mir ein paar Pop-Cakes. Schafft ihr das? Mit Leichtigkeit. Diese Challenge gefällt mir. Zuerst brauch ich weiße Schokolade. Die ich in einem Topf schmelzen werde. Den Herd anschalten. Und immer schön umrühren, damit auch nichts andrennt. Genau das, was ich brauche. Jetzt nehm ich mir Frischkäse und geb ihn in ne Schüssel. Da kommt jetzt die Schokolade hinzu. Und alles schön mit einem Mixer vermischen. Jetzt muss ich diese Masse in einen Spritzbeutel füllen. Ich fülle den Beutel bis zum Rand, bis nichts mehr reinpasst. Super. Jetzt spritze ich die Creme in spezielle Formen. Und decke sie mit einer zweiten Hälfte ab. Jetzt muss ich nur noch diese Stäbchen reinstecken. Jetzt kommt das Ganze in den Kühlschrank. Die Creme muss nämlich abkühlen. Bleibt mal schön hier liegen. Das sind meine frischen Beeren. Ich nehme mir eine Kirsche. Aber irgendwie muss ich den Kern loswerden. Genau, ich habe doch eine Stecknadel. Damit quetsche ich den Kern raus. So einfach geht das. Jetzt muss ich aus allen Kirschen die Kerne entfernen. Super. Und jetzt schmelze ich die Schokolade. Erst mal in kleine Stücke zerbrechen, damit sie schneller schmilzt. Genau das, was ich brauche. Und immer schön umrühren, damit nichts anbrennt. Und statt den Stäbchen benutze ich einfach meine Stricknadeln. Da kommen meine Kirschen drauf. Und die tunke ich jetzt in die Schokolade. Sieht ja appetitlich aus. Wunderschön. Na, wenn wir Stiele brauchen, weiß ich schon, wo ich sie herkriege. Ich besorge sie mir aus den Chupa Chups. Hm, das sind meine Kinderüberraschungseier. Ich ziehe die Folie ab. Und die Stiele stecke ich jetzt einfach rein. Meine Popcakes sind schon fast fertig. Ich muss sie nur noch mit Schlagsahne überziehen. Hm, was für eine appetitliche Sahnenmütze. Oh ja, und die Sirupe nicht vergessen. Jeder Popcake wird seine eigene Farbe haben. Hm, voll die tolle Idee. Super. Ich glaube, es wird an der Zeit, meine Creme aus dem Kühlschrank zu holen. Oh ja, das riecht schon wunderbar. Mal sehen. Das ist die perfekte Form. Den Rest habe ich schon vorbereitet. Jess liebt Prinzessinnen. Deshalb werde ich mit meinem Spritzbeutel ein kleines Creme-Muster machen, ein paar Zuckerperlen hinzufügen und eine Prinzessin reinstecken. Fertig sind meine fünf Prinzessinnen. Ach, die sehen alle so schön aus. Ach, was soll das denn? Wir knacken die Nüsse auf die altmodische Art. Mit bloßen Händen. Und jetzt verziehe ich damit meine Popcakes. Genau das, was wir brauchen. Jess, das ist für dich. Wow, ihr habt richtig tolle Sachen gemacht. Ich fange mit diesen Schoko-Eiern an. Hm, was für eine leckere Creme. Da muss ich reinbeißen. Oh wow, da ist auch noch ein Überraschungsei drin. Was ist denn das? Oh, das ist ein Hasenring. Hm, ist ja mega süß. Jetzt habe ich eine ganze Sammlung aus diesen Ringen. Ich werde sie alle tragen. Ich bin so stylisch. Okay, jetzt geht es weiter mit den Popcakes von meiner Oma. Hm, wie lecker. Da ist auch noch eine Kirsche drin. Ist ja toll. Oh, das sind ja Prinzessinnen. Haben die schöne Kleider. Ich fange am besten mit der grünen hier an. Probieren wir mal. Oh wow, das schmeckt einfach himmlisch. Hm, wer soll denn gewinnen? Ihr seid alle toll. Ich glaube, die Chefköchchen hat gewonnen. Oh, vielen Dank. Freut mich, dass du meine Bemühungen zu schätzen weißt. Jetzt wünsche ich mir eine richtige italienische Lasagne. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Ich muss etwas Mehl für den Teig sieben. Jetzt eine Mulde hineindrücken und zwei Eier reinschlagen. Schön durchkneten, damit auch keine Klumpen entstehen. Jetzt nehme ich mir ein Messer und schneide den Teig in mehrere gleich große Scheiben. Jedem Stück gebe ich seine spezielle Farbe hinzu. Das war's. Jetzt habe ich fünf verschiedene Teigmassen. Es wird Zeit, diese coole Maschine hier zu benutzen. Ich nehme mir ein Stück Teig und rolle es durch die Maschine, dass jedes Stück die richtige Dicke hat. Das mache ich mit allen Stücken so. Ach, das war gar nicht einfach. Jetzt schneide ich mit einem Extramesser Rechtecke aus. Und entferne den Überschuss. Jetzt nehme ich mir einen Mixer. Gib da Käse hinein. Und zerkrümle ihn. Ich teile ihn in fünf gleiche Portionen. Und färbe ihn ebenfalls ein. Der Käse darf auch bunt sein. Hauptsache alles schön vermischen. Jetzt ist es Zeit, die Lasagne zusammenzusetzen. Dafür benutze ich eine spezielle Form. Die erste Schicht, dann eine Schicht Käse, dann wieder Teig, wieder Käse und wieder Teig und wieder Käse. Und obendrauf kommt der Käse in allen Farben. Mal wieder ein Meisterwerk. Das kommt jetzt in den Ofen. Die Lasagne kommt rein. Jetzt mache ich Feuer mit einem extra langen Streichholz. Schließen und abwarten. Schaut mal, hier kommt noch ein Lifehack. Ich habe die Reibe in eine Tüte gesteckt, damit der Käse nicht daneben geht. Jetzt heißt es reiben, das ist gar nicht einfach. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Jetzt nehme ich mir spezielle Nudeln für Lasagne. Ich lege ein Blatt in die Form und gebe Käse darüber. Und jetzt wird es Zeit für einen Fleischwolf. Ich werde nämlich meine Lasagne mit Hackfleisch belegen. So ist gut. Und weiter geht's mit denselben Schichten. Ach ja, und eine Tomate nicht vergessen. Die presse ich noch aus. Ach, genau das, was ich wollte. Das kommt jetzt in den Ofen. Hauptsache, die richtige Temperatur einstellen. Oh, wie wäre es denn mit Chips? Ich werfe die einfach in die Pfanne und gebe Ketchup hinzu. Da kommen noch ein paar Cheetos mit hinzu. Und Käsesoße obendrauf. Ist ja toll. Was brauchen wir noch? Ach ja, genau, Doritos. Ich probiere mal ein Stückchen. Oh Mann, das ist ja scharf. Ich muss noch Käse hinzugeben. Jetzt noch ein Deckel obendrauf. Mann, wieso klappt das nicht? Ups. Ich glaube, jetzt habe ich Käse am Deckel. Das macht doch nichts. Ich benutze einfach eine Schere. Was erlaubst du dir denn? Meine Lasagne ist fertig. Da kommt jetzt noch Basilikum obendrauf. Und wir sind fertig. Das riecht ja super. Ich stecke noch eine Gabel rein. Lass es dir schmecken, Jess. Das sieht ja alles so verschieden aus. Ich fange mit dem Regenbogen an. Ich nehme mir eine Gabel und ein Messer. Schneide mir ein Stückchen ab. Wow, das sieht ja toll aus. Mann, das schmeckt ja mega lecker. Okay, jetzt mache ich mich an Omas Lasagne. Ein Stückchen abschneiden. Oh, das ist ja schön heiß. Probieren wir mal. Wie lecker. Voll toll. Und was zum Teufel ist das? Riecht gut. Probieren wir mal. Oh nein, das ist ja mega scharf. Ich muss sofort noch was anderes essen. Omas Lasagne hat mir das Leben gerettet. Oma, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Danke, Jess. Du bist die beste Enkel in aller Zeiten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi tschüss.